So, ähm... Ja, eine Frage hätte ich eigentlich. Verstehst du mich, wenn ich so rede? Weil eigentlich, ich rede komplett anders. Ich rede so einen... Fangen wir mal Dialekt. Aber wenn ich jetzt so rede, verstehst du das gut? Ja, ich verstehe das perfekt. Also, ich hab damit kein Problem. Das ist ja so ein österreichischer, deutscher Dialekt. Ähm, verstehe ich aber wunderbar. Ich hab auch, ähm... Mein Bruder hat nämlich, äh... zockt manchmal mit nem Mädchen aus Österreich. Und da haben wir halt ne Zeit lang Minecraft immer alle zusammen gespielt. So Hunger Games und sowas. Und, ähm... Die hab ich auch wunderbar verstanden. Also, ich hab kein Problem, euch irgendwie zu verstehen. Es läuft alles prima. Na gut. Och man, warum mit immer nur ein Hund Liebe machen? So, komm, du auch. Nein, nein. Immer nur ein Hund. Sollte ich mal... So im Bett haben wir noch immer keine Sova. Ne, ich hab aber ne... Pass auf. Bevor du... Willst grad eins holen, oder wie? Äh... Ich, äh... Wäre Schafe suchen gegangen. Ohne Schere. So, vielleicht nicht optimal, dass ich jetzt da drauf komme, mitten in der Nacht. Und hier sind den Bart und Spinnen. Also zwei. Oh ja, die haben sich auch direkt gesehen, ne? Du sagst... Ich werd jetzt... Soll ich dir helfen? Ja... Bitte. Side-Attacke. Jawohl. Gut, dann muss ich grad mal ne Pilzsuppe essen. So, ich sollte auch mal irgendwas zu mir nehmen. Ah, Kohle, Kohle, Kohle. So, was hab ich hier noch? Sonst eh nichts. Jo, ich arbeite hier munter weiter am Dach. Ich glaub, ich werd sogar noch fertig. Aber ich hab keinen Stein mehr. Hast du noch Stein? Ähm, Stein? Nope. Ich hab gar keinen Stein. Ah, verdammt. Ja, das... Dieses Skelett hat einen verzauberten Hucken. Oh, dann pass auf, ne? Komm, komm, stirb, stirb, Skelett, stirb. Stirb schnell. Pass auf, pass auf, ein Zombie. Ja, na gut, der ist... Ja, gut, der ist kein Problem. Ich guck aber nur grad. So, äh, Bogen, Bogen, Bogen. Es hat den nicht fallen lassen. So ein... Heiß. Naja, aber mit, mit, mit einem Bogen hab ich schon so viel Lustiges erlebt, also... Zum Beispiel auch gestern hab ich halt mit dem Tobi, mit dem ich mal... Mein, ein Freund von mir halt, mit dem ich mal die Hunger Games schon mal aufgenommen hatte. Ja, hab ich, hab ich sogar gesehen. Genau, mit dem hab ich letztes Mal wieder Hunger Games gespielt, halt ohne Aufnahme. Äh, gestern war das sogar. Ähm... Und dann hatten wir uns auch hochgebaut, also wir sind dann... Sind dann eben an den Anfangspunkt gegangen, wo dann die ganzen Sachen lagen. Nach einer Zeit spawnen da ja Sachen. Und, ähm... Haben dann dort... Haben wir uns dann hochgebaut. Und dann hatten wir sowas... Also, dann waren halt Leute unten, die waren viel stärker als wir. Und die sind dann eben hochgekommen und wollten uns boxen. Und... Und... Das war einfach, also... Die ganze Geschichte war einfach total lustig. Die haben dann beim Bogen... Echt? Ja. Kriegst du ihn hin? Na, ich bin weggekannt, weil... In dem Texture Pack, das sieht so blöd aus. So, so... Er lacht und... Keine Ahnung. Okay. Ah, ich seh dich, okay. Ja, nee, also auf jeden Fall, das war... Das war total lustig. Die Leute sind dann... Haben sich dann hochgebaut und wollten dann zu uns und wollten uns halt boxen. Und dann sind sie auf einmal mitten beim Hochbau und sind dann auf einmal selbst... Äh... Runtergefallen und sind dann gestorben. Und dann haben wir uns totgelacht, also das war... Und der eine hat dann halt auch mit dem Bogen geschossen. Und mit dem Bogen kann man da eben aus so einer Höhe wunderbar runterschießen. Es ist... Es ist halt überlustig, wenn man dann trifft aus so einer Entfernung. Ähm... Kommen wir ganz kurz in unser Haus. Ich finde, das ist... Das ist total ätzend mit der Decke hier so. Ich glaube, ich mache die komplett weg und mache einfach oben Fackeln dran. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Wie... Wie spielt man über Pange Games? Ich meine, äh... Kennst du... Kennst du denn überhaupt das originale Hunger Games? Äh... Ich kenne das, dass, ähm... Gronkh und so im Lastroom spielen. Das kenne ich. Ah, okay. Ne, also das Hunger Games ist ja komplett abgeguckt von... Ähm... Dem Buch und dem Film. Tribute von Panem. Ähm... Dort ist es halt, äh... Sind es auch die Hunger Games. Ich brauche jetzt nicht die ganze Geschichte zu erklären, aber auf jeden Fall... Hat sich Minecraft das halt dort abgeguckt und dann... Das, was Gronkh spielt, das... Das hatten die ja nur mit Leuten gespielt, die sie kennen, ne? Und aus der Community so. Das haben sie ja nicht... Die sind... Pete Smith hat das, glaube ich, mal gemacht. Die sind dann online gegangen und haben das halt so online gespielt. Und... Das... Das Prinzip von dem hast du verstanden, oder nicht? Ja, das Prinzip habe ich verstanden. Oh, 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 oh. Wenn love... Dann habe ich auch gerade so viel Leben verloren. Wo bist du? Ich kann dir Rückendeckung geben. Ne, ne, du brauchst mir nicht helfen, aber... Gut. Hier im Wald ist wirklich gefährlich. Okay. Besonders, wenn eine Spinn und ein Skelett nicht angreifen. Okay, dann... Pass auf. Ah, verdammt. Ich brauche Stein. Ich buddel mich gleich einfach nach unten. Ähm. Ja, also so ist es eben. Und online bist du dann eben mit ganz vielen anderen und spawnst auf einer Stelle. Nur dort ist es dann so, dass du... Ähm. Dort ist es dann so, dass man zwei Minuten unbesiegbar ist. Ich weiß gar nicht, ob das dort bei Gronkh auch so war. Auf jeden Fall war man da halt eine Zeit lang unbesiegbar. Nicht, dass sich alle direkt zum Anfang schlagen. Und dann nach zwei Minuten ist man nicht mehr unbesiegbar. Und dann geht es eben los. Wie gesagt, dann baut man sich halt selbst auf und so. Und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit wird dann im Chat angezeigt, ja, der Feast ist dann bald. Und der Feast ist dann einfach, da werden dann Truhen am Anfang, also am Spawnpunkt, werden dann Truhen ausgesetzt. Und in den Truhen sind halt voll starke Sachen. Das sind dann Tränke und alles mögliche. Mhm. Und, ähm... Wenn du da natürlich beim Fies dir alles geholt hast, bist du so gut wie unbesiegbar. Und... Ja, als Tobi und ich dann da auch gewonnen hatten, da haben wir es dann auch geschafft, eben uns beim Fies durchzuschlagen. Haben die Leute dort getötet und, äh... Ja, haben es dann eben geschafft dort. Ja. Ja, werde ich vielleicht auch mal spielen. Das ist, das ist wirklich, äh, wirklich... Also macht Spaß. Wichtig eine coole Sache. So, und es werde Licht. Jawoll. So, was wollte ich hier denn jetzt machen? Genau, ich wollte was... Hm? So, nichts da. Hm? 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 Du... Du hast die Erde da weggebaut, oder? Hier neben dem Hühnerstall. Welche Erde? Hier, die? Die, die, die? Nee. Nee. Nee, ich hab die grad nicht. Nee. Ich war eben im Haus die ganze Zeit. Ah, so, weil ich hab davor schon so ein Ding, ging es hin gebaut und ich hab's nicht wieder weggetan es dachte ich mir höre ist das gehen also ich weiß nicht um ehrlich zu sein naja ii egal wo was brauchen wir denn jetzt hier noch dringend dass ich meinen an Essen wird es nicht waren gehen und was ja wenn wir mal was verzaubern wollen sollten wir zu hoher an pflanzen stimmt wir müssen stimmt das wäre eigentlich auch klug gewesen kürz züchten weil wir brauchen ja das leder man braucht ja so viel leder für die ganzen bücher ja das stimmt aber über habe ich die genügend gesehen aber die weiß ich nicht die lockt man aber dann mit weizen wenn es nicht bei den hünen warten war es bei den kühn ich glaube schon ja ich glaube die lockt man damit ja dann werde ich mal 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 so hoch dann werde ich mal auf kuh suche gehen tun dass ich baue das dach fertig so ohne weizen bringt sich das nichts wenn ich auf kuh so ein weizen habe ich vielleicht finde ich auch ein paar schafe und wir haben hier gar keine eisregion in der nähe auch das erste mal meistens das war nicht in so blöden eis biomen echt die hasse ich abgrund weil die sind so trostlos ach verdammt mein muster klappt nicht auch äh toll was mache ich denn jetzt ach meine güte jetzt kann ich das nochmal ach geht es hin so menschen wir haben schwer zwar hier habe ich noch eins dass ein eisenschwert gemacht hier nee ich habe einen Holt wert noch immer so immer ich kämpfe schon ganze Zeit mit Holzschwert dann aber ich würde sagen bevor wir uns am eisen sachen machen also so eisenschwert würde ich mal eine eisen rüstung machen weil ja die wäre ja mal besser für den anfang wenn ein steinschwert glaube ich macht ihr auch den gleichen schaden wie am jahr ein eisenschwert halt da muss ich gleich mal schauen wie viel eisen wir haben ob sich da schon irgendetwas aus ach so ich habe hier noch acht eisen warte mal wirst du dir gerade mal da hin ach so dann brenne ich das mal ich habe hier noch zwei eisen so im inventar dann muss ich jetzt gerade mal gucken wie ich das muster von dem haus mache soll ich mal für uns zwei zweimal eisenstiefeln machen äh ja wäre gut einmal zweimal ich tue dir deine wieder hier in die truhe hinein kannst du dir bei gelegenheit mal nehmen alles klar naja sieht jetzt nicht ganz so schön aus das haus aber es fängt an zu regnen regen da fällt mir auch keine gute geschichte ein einmal habe ich im single player gespielt es hat nur über meinem haus geregnet aber nur genau über meinem haus kein block weiter echt ja nur genau über meinem haus und das haus war glaube ich wie viel es war genauso groß wie das hier sagen wir mal genau da drüber hat es geregnet oh man also ich habe jetzt mal warte ich 20 klinge ich mal der regen ist schon sehr laut ja aber das ist mir auch oft passiert ach naja das wird schon schaffen wird schon wird schon klappen sieht schon okay aus das haus hast du eigentlich ein schaf gefunden dann ah nee ich habe noch keines gefunden ach man der regen der nervt vielleicht so ähm ja deine rüstungen liegen hier in der truhe ich habe schon einen eisenhelm und stiefeln gemacht alles klar super ja und wir sind glaube ich schon über die stunde am rüber oh ja stimmt sollten wir mal aufhören genau warte ich will hier noch dieses eisen fertig brennen lassen dass sich das nicht hier verkommt ja ja macht das kein problem oh das ist mir auch eigentlich noch nie richtig aufgefallen aber ich finde das cool wenn man unter wasser geht wie das regen geräusch dann ist das ist auch voll realistisch irgendwie wenn du dann unter wasser bist so dieses gedämpfte finde ich finde ich cool gemacht ja da haben sie mitgedacht wird gefällt mir verstehst du eigentlich das komplette Redstone System so ähm ja ich bin zwar ein Meister aber eigentlich ich kann schon gut damit bauen ja also mir geht's ich meine seit der 1.5.1 da gibt es ja neue Redstone Sachen so Redstone Block und so Tageslicht Sensoren mit denen kenne ich mich noch nicht so gut aus aber ja kommt auch noch ok ok ja ich kenne mich nämlich irgendwie ja es geht so ich kann so einfache Schaltung kann ich dann bauen so aber ähm ich hab nochmal 6 äh Samen grad geholt die kannst du entweder hier anpflanzen ja ich würd sagen pflanze erst an Hühner haben wir fürs erste genug grad ja oh ich hab noch ein ich hab ein Huhn aus nem Ei gedroppt das ist da rausgekommen ja hab ich vorher auch schon super dann weißt du wie man ne Brustplatte herstellt ähm ja du füllst alles aus bis auf den mittleren ganz oben den mittleren ganz oben also du kannst ja mal alles ausfüllen und dann mach den ganz oben in der Mitte raus na gut passt ne Hose machst du wie ein Helm nur bis nach ganz unten an den Seiten ja na gut deine Hose weiß ich gut ja na gut wir sollten dann irgendwann demnächst mal aufhören kannst du von mir aus entscheiden ähm ja also mir ist das auch eigentlich weil ich will eigentlich heute gar nicht so viel Überlänge haben weil ich muss noch ich weiß nicht ob das jetzt mit dem Sound und ja stimmt alles passt ob man dich gut genug gehört mich ob ich nicht voll übersteuere oder vielleicht hört man dich gar nicht stimmt 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 ja dann kommen wir ins Haus hier ist nicht ganz so laut und dann würde ich sagen hören wir im Haus auf ähm ja dann würde ich sagen ja du verabschiedest dich zuerst ja also mir hat's jetzt schon viel Spaß gemacht und wir haben einiges geschafft ein bisschen gefailt aber war so ungefähr alles dabei was man in der Stunde dabei haben kann war schon ganz gut wir sind auch relativ weit gekommen und ja ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Parts auch wenn es dann spannend wird mit den mit den Höhlengängen dann wirklich ähm wo wir dann tiefer rein müssen und ja mal sehen was so auf uns zukommt ja was soll ich dann noch sagen ja mir hat's auch viel Spaß gemacht und ja Fehl gehört dazu ohne Fehl geht's gar nicht mehr und ja dann würde ich sagen ja bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together Minecraft Hardcore war etwas falsch gesagt aber egal ja Leute dann ja tschüss und haut rein tschau